hallo und herzlich willkommen zurück zu trine 5 wir sind bei fünf oder was ich aber bevor ich jetzt auf spiel starten noch fragen wollte eigentlich in der letzten folge waren die anderen nicht auf deutsch synchronisiert oder hat mich das falsch im kopf nee nur der text war auf deutsch aber die sprache war immer auf englisch ich mir kann das immer so als ob das auf deutsch war aber gut weil ja ich meine du weißt was ich von nicht deutscher synchronisation bei deutschen spielen hat egal wir starten jetzt erst mal das spiel according to the report dark magics are afoot here so let's see what all the fuss is about die spiel spiel ja ja ich gucke aber wir können doch nicht so hoch springen ach so ich dachte da konnte ein stamm vergriff machen wo ist das ding wie habe ich das gemacht warte mal ach mit schiff wo ist das ding hin es ist weg also linke schultertaste aber ich habe das eben naja hier mit y mache ich das aber war da was ja dann lass uns mal gucken ist das nicht hier unten kann das da unten runter gefallen sein warte mal hier ey du hast es kaputt gemacht der ep versaut uns das spiel nein du warst das was 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 stand da gerade mehl mit x und rt das gras mit deinem schwert nieder kann ich nicht x rt oder meinen die das jetzt damit aber das ist äh das ist dann lt und nicht rt wie komme ich denn da durch kann man sich klein machen mit dem nicht okay das geht nicht warte mal geh mal oben rechts drauf das ist nicht ne wippe ach ja guck mal da du so viel wiegst kann ich jetzt da runter heben ganz nicht mal warte mal man kann doch hier nach unten stampfen irgendwie aber ich weiß nicht wie ah ja du musst erst mal warte mal ich geh mal wieder drauf wieso geht das nicht halt das mal nicht fest geh doch mal da weg du boah das ist so schwer und schlage ach so nach unten ach so okay ah ja ja nach unten zielen und dann ja ja ich hab's getötet also es geht doch ich wollte jetzt nicht darüber springen weil ich mir nicht sicher war ob ich wieder hochkam springe mit a in die luft und stampfe mit b aua wo ist ein b bei mir das ist geil siehst du du bist schwerer als ich wusstest äh also das ist viel schwieriger mit der mit der tastatur so die beginnt ist ein bisschen finde ich jetzt was denn mal da oben wie kommt man denn da oben ja ja da will ich ja gerade hin mit rs den schild nach oben ach so um ihn als plattform ja äh mit rs ja du musst da drauf gehen geh mal da drauf ach so auf der mit dem hier ja ja okay auf meinen drauf geh mal ein stückchen nach links das ist rechts immer noch danke der epi kann immer noch nicht links von rechts unterscheiden so warte aber das ding da oben musst du weg machen wo oben nein du musst doch mal hoch du musst da oben das weg machen ja guck mal wie gut und wie clever ich gucke ah guck mal hallo fuchs bleib doch stehen fuchs du hast die ganz gestorben wir sind doch ganz lieb da ist noch was da was war das denn ach so das war das mit dem ja ja ähm da rein ich komme nicht so weit irgendwie kannst du den nein da hin musst du es füllen auf dieses ding hier ja da habe ich vielleicht kannst du mal von meinem schild runter gehen dann klappt das vielleicht auch nein ich muss den in den Eimer reinfüllen damit der das runter zieht was lauerst du denn hier füllen ja warum machst du das denn in den Eimer rein ich komme ja ich gebe dir das weiter du musst das weitermachen ja 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 der erste clevere gedanke von dir heute ja ja oh schau da habe ich mich gerade erschrocken du weißt aber dass irgendwann auch noch Gegner hier kommen ne das ist aber gar nicht so ne das geht nicht so hoch du musst ja weil du du hast einfach einen schlappen warte mal muss ich nach oben oder muss ich warte mal ne musst du nach rechts das ist die Frage kann ich das irgendwie ne ne das geht aber automatisch nach links lass mich mal nach oben warte mal komm ich da jetzt nochmal hin das ist die andere Frage ja kannst du das hier oben hin machen ah nein warte mal so fast so ja guck mal wie klar reich bin nein da oben waren noch zwei genau lass deine ganze aggression an diesem holz aus und dann machen wir das nochmal nein ich will da nicht mehr hin sagst du geh auf mich drauf hier oben das kannst du auch so na komm mal probier mal ne da komm ich wenn du hoch springst du musst schon nach hoch nach rechts springen und keinen schild angriff machen ich stehe hier bewegen und du mach was ist jetzt los ja ja warte 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 kannst du auch anlaufen im ding dran nein oh man hmm der ep übt den springangriff ja ich muss erstmal da hochkommen wir haben ja schon festgestellt dass du ein bisschen schwerer bist mit der rüstung schnauze warte mal das ach nee kannst du damit machen ok ja komm ja komm den unteren habe ich musst du dich vielleicht das reicht ja der ist ja voll jetzt ne ne ich muss auf deinem schild oder du auf meins komm mal komm mal hier hoch hey das war optimal jetzt muss ich wieder neu machen hallo spring mein kleiner spring komm ich jetzt da hoch so ok aua du hast mich gehauen du dödel aua der ep wird sauer aber wenigstens kennt er noch den sprungangriff ok das darf er dann alleine machen können wir uns hier hinstellen ohne dass wir explodieren eigentlich kommt die doch nochmal oder nicht so hallo warte mal kontroll hallo ja gleich mache ich den spruch ich setze mich hier nur einmal auf die knie oh jetzt kommt sie nochmal aua da ist noch einer was war jetzt warum habe ich jetzt irgendwas ich habe irgendwas gedrückt ja das kam runter aber ja jetzt aber wie komme ich jetzt da hoch ja du musst jetzt da hoch da oben musst du gegen springen oben springen wir da hoch ja aber da komme ich doch nicht hoch nein das andere andere seite ja da bin ich ja gerade hingesprungen da hast du gesagt nee nicht dagegen springen doch da komme ich aber auch nicht ich habe dich mal da hoch mach mal ach so nein lass du mich genau lass du mich erstmal da hoch genau ja ein Stückchen noch ein Stückchen boah ey bist du das ist so schwer aber jetzt kannst du das machen ey nicht so weit ja es ist nicht so kaputt guck mal ich habe es dann auch festgestellt guck mal siehst du wie gut ich das alles kann du vor allen Dingen ja ohne mich wärst du hilflos sag doch dass man springen muss ja man muss springen oh nein nein benutze den Hebel mit dir kann ich ihn nicht benutzen ich dachte gerade hier wäre jetzt ein Boss warte mal da oben muss man gegenspringen ich dachte hier wäre ein Bossgegner jetzt darfst du mal diesen Sprungangriff machen den du eben so toll geübt hast siehste siehste ne da können wir auch so aha bin weg äh warte 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 da oben ist doch noch was da oben ist doch was da oben ist doch was bin wieder da wieso kann ich da nicht dran wieso kann ich das jetzt warte mal springe mit A in die Luft und stürme vorwärts ja wofür seid ihr doof also ich muss dir ne warte mal von links muss ich dich hoch bringen oder nehm ich mal an ja aber wie soll das gehen ja ruhig springen nein ich muss ja doch spring mal da oben nach oben da drauf ich seh nur nix so bleib stehen äh ach da oben ist noch ah ah wer bin ich jetzt der hier nein oh deswegen steh ich extra hier und halte das Schild so wie damals bei Asterix und Obelix aber nein der Kerl springt einfach über mich drüber siehst du wir hätten das jetzt nicht gehabt hättest du jetzt nicht mal auf mich geh- hallo hallo warte oh weil der davon gerannt bin du hauptsache der gönnt mir das nicht ne komm komm ich musste erstmal überlegen welche das dich drücken muss hm Hmm, nothing's happening. Wrong herbs? Maybe I need bigger candles. Is backwards really backwards, or is it actually the right way, and I need to draw that backwards? Oh, come on, Gran, just pop your head up! Halt, evildoer! You're under arrest for crypt-wrecking! Er, what? Look here, my Gran's grave is perfectly intact. Mmh, der war komisch. Mhm. Ich möchte bei der Gelegenheit mal ein bisschen Werbung machen, weil gerade auf Twitch eine Aktion ist, die ich nicht sagen kann, weil die wieder reden. Und einige Drawings auch, eh? All diese Zirkel und Länge sind ein bisschen zu modern für meinen Garten. Weil auf Twitch gerade eine Aktion ist, für alle Fans von die Elder Scrolls Online, dass man eine Aktion bekommen kann, wenn man bei teilnehmenden Channels dabei ist. So, das wollte ich dir eigentlich nur sagen, aber ich habe mir gedacht, das kann man ja auch für die Allgemeinheit nutzen. Geh du schon mal vor, dann knallst du auf das Ding und dann bringt die dich um, wenn ich mich. Warte mal, ich mach dir auch das Ding hier. Nein, Moment. Du musst springen und festhalten. Jetzt ist der nicht hinter meinem Rücken, in meiner Aufnahme, Twitch am starten, oder? Ja, doch. Du kleine Mistkröte. Aber hier gibt es nur Giveaways, keine Drops. Was war das, ein Drop? Das war eine Aktion aus Necrum. Weiß ich nicht, ich habe nebenbei eine E-Mail bekommen, deswegen, ja. Das ist bestimmt nicht richtig, was du da erzählst. Kannst du jetzt mal auf mein Schild draufgehen und nach rechts springen? Die Leute wollen nicht hören, wie du deinen Twitch öffnest. Die Leute wollen sehen, wie du stirbst. Tschüss. Ja, natürlich. Ja, du hättest da drauf springen müssen. Ja, so habe ich das eigentlich vor, aber irgendwie wollte der das nicht. Keine Ahnung. Du meinst auf den drauf springen? Wieso geht mein Leben nicht hoch? Oh, wieso geht mein Leben nicht hoch? Ich muss dir helfen, da hoch zu kommen, oder? Nee, nee, das können wir höchstens nach... Können wir nicht nach oben machen, oder? Nee, erst A und dann B. Mann, du verstehst es immer noch nicht, ne? Oder machst du nicht mit dem Controller? Nein. Warte mal, da musst du oben drauf. Ja, geh mal drauf. Ja, danke. Wir halten jetzt alle das Schild nach oben, damit wir bloß nicht von den Dingen getroffen werden. Hallo, könntest du mal nicht gegen mich kämpfen, sondern gegen die Kiste? Ja, warte mal. Äh. Kontrolle... Ey, das ist so kompliziert in der Luft. Bisschen bisschen zurück vielleicht? Nee, erst soll ich... Nee, geh, mach du das mal. Warte mal, mach du mal vielleicht das mit dem... Das ist wahrscheinlich die Kontrolle einfacher. Soll es stammen? Ja, A und B. Also sowieso uns auch mit dem Stamm. Ja, bei mir steht ja was anderes. Hallo. Musst du da hoch? Ach so, geh mal auf die rechte Seite. Nee. Warte, nein, nein, geh mal. Ja, warte mal, das müssen wir nochmal machen. Aber fast. Äh, warte, warte. Ja, warum komm ich da nicht hin? Oder soll ich... Warte mal, geh mal auf die rechte Seite. Kannst du vielleicht... Ja, geh mal hier. ...besser, wenn man hoch... Ja, mach mal so. Ja. Ach, ja. Hm, hm, hm. Äh, hm. Das wäre nur ganz gut, wenn ich jetzt auch noch da drauf kommen kann, dass das runter geht. Äh, rechts musst du dran springen, ja? Ja, das wollte ich ja. Ich wollte es durch. So. Na, komm, was? Achtung, das Fell. Müssen wir das Ding da unten nicht kaputt machen, diese komische Pflanze? Nee. Okay. Äh. Wie kommst du da jetzt hin? Ja, weil Stamm-Attacke kann ich doch jetzt nicht... Ach, hier dran springen kannst du. Nee, ich schieb's mal auf die andere Seite. Ich schieb's mal oben. Nein? Ja, aber dann ist das nicht hoch genug hier. So. Das ist ja das, was ich meine. Ja, du sollst das Ding hier da oben drauf legen. Hallo. Ach so, oh, ja, 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 okay. Ach so, kann ich es mal, ja, ja. Ha. Warum nicht gleich so? Äh, reicht das, wenn ich hier, oder? Oh nein! Ich höre da hinten was stampfen. Lass uns beeilen, bitte. Warte mal eben. Oh, was mache ich denn? Ey, ich glaube, ich bin auch die Scheiß-Controller. Ja, ähm, weiß ich, ja, so die wird hier. Aber wir müssen nach unten zuspeichern, oder? Ist das richtig? Ringen? Ja. Ach, das war das mit dem Abschießen. Oh, ich dachte schon, ja. Wenn ich mich abschießen, mach nach oben. Oder? Hä? Musst du nicht das Ding selber abschießen? Nee, nee. Man muss nur wegkommen davon. Ach so. Geh mal ein bisschen nach links. Nein, wir müssen zu zweit. Aber dafür muss ich erst mal... Warte mal, ich mach so, und du machst die andere Seite. Ja, dann musst du noch... Oh, pass auf. Ja, aber warte mal, das geht nur, wenn man... Kannst du die noch... Äh, 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 aua! Oh, ich bin doch... Oh, danke. Na, warte mal, wie... Ich wollte gerade springen. Warte, ach, der rechts ist jetzt geblockt. Ach, der... Nee, du hättest nicht so weit gehen dürfen. Aua! Du hast mich gekillt. Ich hab nur hier gestanden. Wo hast du das? Die geht nicht, dass wieder kaputt. Vielleicht muss ich das irgendwie hochkriegen. Man kann hier auch keine Stampf... Äh, kann... Warte! Wie hast du das gemacht? Nee, du hast das gerade hochkommacht. Ja, ich dachte, wenn man dagegen rennt. Ja. Ah! Klip. Darfst du jetzt auch holen. Danke. Wobei das sowieso... Wobei das sowieso für uns beide gilt. Äh, unten kaputt machen. Die Frage ist, können wir das umleiten für rechts? Wahrscheinlich. Ja, doch. Nee, nee, da oben dran gehen. Du musst da oben noch was machen. Ja, aber dazu brauche ich dich. Das ist das Problem. Ach so. Und dann? Aber wir kriegen... Ja, doch. Äh, der geht hier über uns drüber. Komm mal nach hier. Mach mal das Schild nach oben. Aber ich weiß nicht, warum ich dann da hoch soll eigentlich. Ja, weil du nach der anderen Seite musst irgendwie. Jetzt geh mal da dran und dann mach ich das Ding weg, oder? Ja, aber was bringt mir das, wenn ich da... Ja, aber kannst du nicht nach rechts irgendwie... Ja, wir müssen nach unten das Ding gleich kaputt machen. Uh! Boah, was machst du denn? Ach so, warte mal, bleib mal stehen. Ja, lass mich los. Du kannst unten das holen. Geht ja nicht in meine Richtung. Hallo, warum schlägst du mich? Ich hab dir nur gesagt, wie das geht. So. Was? Hast du das, oder war ich das jetzt gerade? Ich war das. Du musst das Wasser da oben dann aber umleiten, damit ich das auch umleiten kann. Ja, fast. Du hattest es eben gut. Warte, ich mach's ein Glas höher, so. Ähm. So? Ja, aber da komm ich nur rüber, oder? Nein, nein, nein. Ah ja. Nein! Oh! Ja, warte, nein. Ja. Äh, wieso geht das nicht? Äh, wieso? Speicher vor sich selber schon mal hier. Warte mal, wo muss ich denn drauf kommen? Das ist eine, ne? Ja, du musst, äh, da... Hä? Ach doch, du kommst doch. Da jetzt schnell nach rechts laufen und dann springen. Also springen und, äh, genau. Ah, ah, ah. Nein, hier, hier. Ja, du bist schon oben. Spring doch einfach. Äh, andere Spieler warten, hä? Äh, da unten schießt. Nee, was? Hallo? Äh, äh, das bricht zusammen, wenn wir beide drauf sind. Oh. Oh. Oh, I did it! I summoned the skeleton! Wow. You're arrested for necromancering. Äh, how about no? Ich wollte gerade was trinken, lass mich doch wenigstens was trinken! Junge, falsche Richtung. Da oben ist noch einer. Pass auf, der hat eine Schaufel in der Hand. Haha. Da kann man nicht mit abschießen. Ich gehe jetzt weiter. Du machst das schon da oben. Oh! Äh, 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 das war nicht die gute Idee. Nee, man kann hier nicht weiter. Wir müssen das da oben machen. Ja, das ist ein Boss. Hast du das noch nicht geschickt? Boss? Wo ist das denn? Boss? Der da. Jetzt macht er Racken. Der holt doch noch Racken. Das ist super. Oh, ich hab goldene, goldrode Wegschimpf. Nein, warte, ich bin dein Meister. Obeid mir! Oh, für Ducks sake. Kalki zurück, deine Scheine. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Idee, was ich mache. Das sieht man. Ich glaube, das ist der Boss. Die Clockwerk Nights hat recently replaced most of the ordinary humans as guardians of the kingdom. Sleepless, always reliable and mechanically relentless. It had quickly become a permanent fixture across the lands. But Pontius was not sure he felt relieved or threatened when their forces swooped in to save him. Thank you, my fellow knights. Sir Pontius, Lady Sunshine Crownsdale invites you to a celebration of the Heroes of Trine. Location, Astral Academy. Time, Noon Tomorrow. Well, isn't that nice? Oh, I'll get to see Amadeus and Sawyer again. Did you know that... Stein zu Sand. Amadeus, the wizard, was not living his best life at that time. He was spending his days at a calming spa retreat, but this was happening somewhat against his will. Things had taken a rather dark turn at home and the wizard's wife had asked that he find some new lodgings for himself. Thankfully, for the mere fee of letting the spa owner use his name for advertising, Amadeus could stay there while he regrouped. Yeah, and you have heard what he said tomorrow at the end that means we will at the end tomorrow at the end we will do it 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 so vor die füße geworfen wird vielleicht kommt als nächstes gegner die katze als nächstes gegner genau ich bin es ist sehr spät heute es tut mir leid leute oder das heißt die katze war im ersten teil die sind jetzt da unten und wir kommen jetzt da oben zur glücklichen katze ach wie schön das ist doch mal eine schöne aussicht ich würde sagen mit den zauberer yay ich will nicht wissen was der gerade machen ist so komisch wie der rumwackeln ist oder er ist am tanzen ich weiß es nicht ich meine gut wenn man heutzutage schon seinen hund heiraten kann ich weiß nicht was der da mit der katze vorhat egal das ist eklig das wollen wir alles gar nicht hören deswegen beenden wir die folge für heute erstmal und sehen den rest der nächsten folge ciao vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren